Herzlich Willkommen am Kantonsspital St.Gelen. Ich bin Gera und mache hier meine Ausbildung zur Kauffrau. Gerne zeige ich dir ein bisschen mehr von meinem Berufsalltag. Ich habe hier eine vielseitige Ausbildung und kann in verschiedene Abteilungen reinschauen. Mir gefällt dabei besonders der Kundenkontakt und ich finde es super, dass ich mich mit meinen Mitlernenden austauschen kann. Hallo zusammen, ich bin Bastian und mache die Ausbildung zum Informatiker. Ich kann schon mega viel machen, was zeige ich euch gerade. Ich kann hier in verschiedene Abteilungen reinschauen und lerne dabei mega viel. Ich schätze den Kundenkontakt sehr und zudem habe ich ein Team, das mich bei allem unterstützt. Es ist eine interessante Herausforderung, das Kantonsspital St.Gelen unsichtbar zu vernetzen. Ich bin Bastian und bin Bastian und bin Bastian und bin Bastian.